Imperator Palpatine kehrte in Episode 9 der Aufstieg Skywalkers vor den Toten zurück und übertrug sein Bewusstsein in einen Klonkörper. Ganz ähnlich wie er es bereits in der ursprünglichen Star Wars Expanded Universe Zeitlinie, die man heute als Legends kennt, vollbracht hatte. Es ist absolut offensichtlich, dass der Aufstieg Skywalkers einige der Handlungselemente aus der Legends-Comic-Serie Dark Empire aufgriff, vor allem in Bezug auf Palpatines Wiederauferstehung und der Neugründung der imperialen Streitkräfte nach der Schlacht von Endor. Aber welche der beiden Versionen erzählt die Geschichte besser? Auch wenn jeder Zuschauer seine bevorzugte Version haben mag, ist die Dark Empire-Variante aus Legends in vielerlei Hinsicht besser mit der Original- und der Prequel-Trilogie zu vereinbaren, als ein neues, kanonisches Gegenstück. Warum dies so ist, erfahrt ihr jetzt hier im Video. Die Zeitlinie des Expanded Universe war die offizielle Star Wars-Kontinuität, die 1977 mit den ersten Comics begann, die auf dem ersten Star-Wars-Film aufbauten und neue Geschichten erzählten. Über 30 Jahre lang wurde das Franchise durch Romane, Videospiele, Spin-off-Filme, Serien und Comics erweitert. Dark Empire war eine dieser Comic-Serien, die 1991 erschienen ist und aufgrund von Palpatines Rückkehr und Lukes scheinbarer Hinwendung zur dunklen Seite der Macht eine etwas zwiespältige Geschichte wurde. Im Jahr 2014 bereitete dann Lukas' Film die bevorstehende Sequel-Trilogie vor, indem es das Expanded Universe zu einer alternativen Zeitlinie machte und es in Legends umbenannte. Während der neue Kanon zu diesem Zeitpunkt offiziell nur die sechs Originalfilme und The Clone Wars umfasste, wurden Legends-Inhalte häufig als Inspiration für Charaktere und Handlungspunkte in der Fortsetzungstrilogie und den Spin-off-Filmen verwendet. Sowohl im Kanon als auch in Legends nutzte Palpatine die Lehren seines Meisters, Darth Plagueis, um seine Essenz in einen Klonkörper zu übertragen. Von seiner versteckten Festungswelt aus, die im Kanon Exegol in den unbekannten Regionen war und in Legends die Kernwelt Büss darstellte, entfesselte er mit einer neuen imperialen Armee sowie neuen Superwaffen sein erneuertes Imperium. Obwohl die beiden Versionen oberflächlich betrachtet nahezu identisch sind, ist die Geschichte in Legends ein entscheidender Teil der Charakterentwicklung von Luke Skywalker und Leia Organa und baute auf ihren Handlungsbögen aus die Rückkehr der Jedi-Ritter und der beliebten Thrawn-Triologie auf. Palpatines Rückkehr an sich wurde grundsätzlich gut inszeniert. Es wurde erklärt, wie er es vollbracht hatte, zurückzukehren und wird als Beispiel für die unnatürliche Macht der dunklen Seite aufgezeigt. Seine Rückkehr in der Aufstieg Skywalkers war im Vergleich dazu überstürzt und seine Niederlage innerhalb eines Tages minderte Palpatines Bedrohung. Die Sequel-Trilogie begann mit dem obersten Anführer Snoke und Kylo Ren als Hauptakteure und Bösewichte der dunklen Seite, die die Nachfolge von Imperator Palpatine bzw. Darth Vader antreten sollten. Im zweiten Teil der Trilogie ist Snoke tot und Kylo Ren übernahm seine Rolle als der neue oberste Anführer. Anstatt zu versuchen, Ren zu einer ebenso glaubwürdigen Bedrohung zu machen wie Snoke, entschied man sich lieber für den letzten Film dafür, Palpatine zurückzubringen, um Snokes Platz einzunehmen. Auch wenn es von der Story her überhaupt nicht zu Episode 7 und 8 passte. Dazu wirkte Palpatines Rückkehr und seine endgültige Niederlage überstürzt und ohne richtiges Konzept. Dark Empire zeigte den Horror und die unnatürlichen Mächte der dunklen Seite durch Palpatines Rückkehr. Luke Skywalker, der glaubte, dem wiedergeborenen Imperator unterlegen zu sein, täuschte seinen Übertritt zur dunklen Seite vor, damit er den Imperator aus dem Inneren seiner Organisation heraus vernichten konnte. Er bewahrte hierbei seine Ablehnung der dunklen Seite, die er schon in die Rückkehr der Jedi-Ritter bewies und zeigte gleichzeitig, dass die dunkle Seite einer süchtig machenden Droge glich, die selbst die absolut positiv gestimmtesten Wesen verderben konnte. Als Luke gefährlich nah dran war, wirklich der Dunkelheit zu verfallen, wurde er von seiner Schwester gerettet, die inzwischen selbst eine Jedi-Ausbildung genossen hatte. Obwohl sie Palpatine schließlich gemeinsam besiegten, kehrte er dennoch von den Toten zurück und bewies, dass der mächtige Sith-Lord für fast jede Gelegenheit einen Plan B besaß. Indem die Legends-Version die Bedrohung durch Palpatine über einen längeren Zeitraum zeigte und die Charakterbögen der ursprünglichen Trilogie respektiert wurden, wurde seine Wiedergeburt deutlich besser gehandhabt als in der Aufstiegs Skywalkers. Dort war sie einfach nur Mittel zum Zweck, da die gesamte Sequel-Trilogie kein Gesamtkonzept hatte und schnell überlegt werden musste, wie man die verschiedenen offenen Handlungsstränge beenden konnte. Man hätte Palpatines Rückkehr über die gesamte Trilogie zeigen müssen, bei dem sich unsere alten Helden der Originalfilme noch einmal gemeinsam zusammentun müssen, um das Böse ein für alle Mal zu besiegen. Leider wurde diese Möglichkeit verschenkt. Und jetzt interessiert mich natürlich wieder eure Meinung zum Thema. Schreibt es mir gerne unten in die Kommentare. Ich bin gespannt, wie ihr darüber denkt. Ansonsten wären wir jetzt auch schon wieder am Ende angekommen. Sollte euch das Video gefallen haben, dann lasst mir gerne ein Like oder ein kostenloses Kanalabo da. Damit würdet ihr mir sehr weiterhelfen. In diesem Sinne vielen Dank fürs Zusehen und bis zum nächsten Mal. Möge die Macht mit euch sein.